Hallo und willkommen zurück zum neuen Deep Dive. Ja, diesmal sind wir irgendwie nur zu dritt. Es hatte wohl kein Drehler Lust mit uns zu spielen, aber das kriegen wir auch so hin. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es keine Mission gibt, wo wir... ...allzuviel ausbuddeln müssen. Und wo gehen wir denn wieder an? Sieht doch ganz gut aus. Müssen wir nicht mehr eben selber buddeln. Uff, das ist schon langsam. Naja. Powerattacke! Wo? Äh... Doch, hier. Oh, oh, ich höre schon ein Gegner. Er ist jetzt bitte. Nein. Na? So. Jetzt können wir durch. Ja. Schnell durch die Wolke. Oh, ich hole einen Stinker. Haha. Gold. Oh je. Ja, der rollt auch schon das erste Heu, okay. Ja, so langsam sind Cave-Leach-Cluster wirklich Cave-Leach-Cluster. Eine Zeit lang war das irgendwie so, hey, ja, Cave-Leach-Cluster und dann sind zwei Cave-Leaches in der Höhle. Ja, okay, ja, ich meine, ne? Ha, ha, ha. Wenn man in der nächsten Mission die Cave-Leach-Cluster ist, fünf Wagen? Ja, so, ja, gut. Junge, Junge, Junge. Ich habe hier ein Cluster, könnte das auch sein. Ich war auch mal so viele unterwegs von. Äh, Skarot, ich brauche Licht. Ich sehe nicht, wo ich irgendeine Plattform hinballern müsste. Äh, mein Cave-Leach. Ich sehe keinen. Äh, ich bin zu langsam. Nebenbei noch ein bisschen Gold mitnehmen. Und er kann, ähm, Zwerge sein. Und ich habe schon wieder vergessen, die, ähm, Granate zu tauschen. Ich wollte eigentlich wieder zurück zur Dingswechsel, zur Mine. Ich finde die Fliegedinger witzig, aber... Ich glaube, die, äh, Minen sind doch irgendwie besser. Naja. Und der Mensch, ah! Und dann bin ich gerade hier. Ja. Ah. Danke, Hilfe! Ah. I'm stuck. Booyah! Booyah! So. Wie viele Praetorians gibt's denn heute? Ah, 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 ja, danke, Hilfe. Ah. Ah, 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 ah. noch einer gibt es ja nicht keine munition mehr das kann ich jetzt schon mal gut aber wo ist das gerade schon dort jungen jungen spiegel und sei das gott in dem wir haben die mann das ist oh rock and stone everyone ready ah quiet access provided nope ah good keller rum kein rum keine gute der scout hat es echt eilig dann dürfte es heute eine kürzere folge werden schätze ich jetzt mal wenn wir hier so durchhetzen hallo ich könnte schon wieder munition vertreten ich könnte schon wieder munition vertreten kreieren auch ruhig ja das ist ein halbes ähhhh ziel das ist ein bricht äääh brichtgatter hm und wir haben die äääh das ist nicht auch schon aufgespart schade setz ich die kanate ein hä 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 ich weiß nicht schade ah komm miau ich seh nett mit seinem equipmenten seien wir hier die helfen uns doch die kleinen brüllenchen willst du was komm der gunner ist jetzt auch schon halb leer und unser scout fichern das ist sowieso ist wieder in vom im des Du kannst gerade sogar ein bisschen verschwinderisch mit der Munde umgehen, weil wir haben ja diesmal immer einen Supply übrig. So dringend brauche ich es ja jetzt auch nicht. Wo ist denn Scotty? Ready? Ja, nein, nein, nein. Nitro? Wo ist Nitro? Wo ist denn? Sag doch, dass du Plattform brauchst! Ähhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Mr. Slow Machine! Huh? Loot bug looted! Danke loot bug! Rock and stone, everyone! Rock and stone, Art! Lock and loaded! I call for the mule! It burns, it burns! Hmmmm... Oh, mule! Don't mind if I do! Da! Ah, mule, komm her, mule! Komm her! Weapon ready! Weapon ready! Well done! Deep dive transport is on the way! Oopsie doopsie! We fight! Rock and stone! Da kam kein Rock and stone! Das gehen wir gar nicht! So, wo müssen wir hin? Endrum! Vermutlich! Ah! Mistack! Das wird's offenen. Das machen! Das wird's offenen. Das machen! Das machen! Insofern sie was treffen, sind sie ja nicht besonders gut positioniert. Ah, nein, 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 nein. Oh. Boom. Let's go. Genau. Genau. Rock and Stone. Rock and Stone. Stage one complete. Los. Da-da-ding. Da-ding. Schon wieder. Boah. Ich sag nix. What the fuck. Ja. Mhm. Ja. Ich meine, dass das immerhin nicht in der Elite Deep Dives. Deep Dives sind ja tendenziell jetzt nicht ganz so schwer, aber trotzdem. Ja, ja. Schöne Vision. Freu mich schon. Mhm. Ich meine, wenn wir es ehrlich haben, das ist immerhin keine Duretta. Und die... Das hier geht ja einigermaßen. Also... Das hier geht ja um... Das hier geht. Let's go somewhere. Äh. Tja. Englisch schreiben und Deutsch sprechen kann ich nicht. Aber okay. Schön, dass es nicht nur mir so geht. Dass wir keine... Dass ich keine Lust mehr auf die Dinger hab. Also ich mein, wenn sie alle zwei Wochen drin sind, okay. Ne. Aber wirklich jede Woche. What the fuck. Die Season ist vorbei. Hey, also das muss doch jetzt nicht jede Woche vorkommen. Das Zeug muss doch nicht jede Woche vorkommen. Ganz ehrlich, das ist... Nein, 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 nein. Au, au, au. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Das ist die Hacking-Part. Das ist die Hacking-Part. Das ist die Hacking-Part. Hacking-Part. Äh, wie ist die Verbindung? Keine Ahnung, ich schmeiß einfach. Scout, du stellst Verbindung her. Ich mach dir auf. Okay. Okay. Das ist die Hacking-Part. Das ist die Hacking-Part. Ich glaub, beim... Was ist der Lüter, der trifft? Von dieser Woche, ich glaube. Bei dem ist es uns einfach ankommen. Hat mich traurig gemacht. Ich meine, es ist nicht besonders schief, was man kriegt, aber... Wie, das ist mich gezielt. Äh. Hacker-Off. Na, hier oben. Gut, was es denn hier ist. Weiß ich nicht. Das war ein bisschen doppelt gemoppelt. Manni, was geht? Äh. Was macht er? Was er irgendwie? Was merkt es, kurz gleichzeitig? Hey, Manni. Das ist mein Werb-Part. Das ist mein Werb-Part. Ich teckte Hacking-Part eigentlich von dem Gift-Part. Hop-Add-Age? Warte, wir sind die, äh... Kriterien es da. Hab's dann, nachdem sie gestorben sind. Wow. Was ist hier los? das wird platziert wenn ich das ist ein platziert so das erste aber in so einer situation sind dass die drohenschotten ziemlich viel Häufig, ja, das wird... Ah, gut. Keep going. Yep. Bisschen Nitro. Da ist noch Nitro. Hier ist noch Nitro. Hopp. Hopp. Oh Gott, wie sind wir da drin? Erstmal nach klein. Und zack. Oh Gott. Meile. Schau. Scout ist wieder fleißig. Ah, da möchte ich gerne noch ein bisschen helfen. Ah. Danke. Sehr, zwei. Hör. Hab ich ihn gerade aufgehoben, losgelassen und wieder aufgehoben. In dem gleichen Movement. Klung, 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 klung. Wir sagen so gar nichts. Schau. Da ist er. Äh. Hier schlagt ihn nicht daneben. Oh Gott. Äh. Was ist das? Die sind zum Glück so einfach zu markieren, ne? 2 mit 1. Oh, ein Angriff. Da oben. Scout, wie soll ich hier noch hochkommen? Okay. Ja, das natürlich können wir später holen. Jetzt kann man sie bleiben. Topf. Reicht das nicht mal, die Eimer hinzuschießen? War's nicht irgendwie so? Äh, nein, 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 nein. Nee, ich sie bleiben. Äh. Au, 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 au. Lass das, lass das, lass das, lass das, lass das. Lass das, lass das, lass das. Schau da oben. Au. Lüt, au. Perfekter Wurf. Wer ist denn das Ding entfernt? Ich könnte noch einen oder zwei gebrauchen. One more for the Scrapyard. Oh. Hat die Füppeln? Au. Den wollte ich damit nicht treffen. Oh, Mann. Äh. Hättet ihr, man? wir brauchen die nicht definitiv gleich munition das war alle das ist für die denn hier Warum? Da brauchen wir noch einen? Keine Ahnung. Hä? Die Musik von Beatrice ist schon geil. Ready? Ja, hab ich gesehen, dass es feindlicher war. Ich glaub, meine sind schon kaputt. Au! Okay, jetzt wieder ein bisschen in den Zone. Die Musik von Beatrice ist schon geil. Nein, nicht schon wieder. Oh. Oh. Bam! Bam! Der ist halt gesehen. Äh, sonst sehe ich keins. Ich muss kurz auf den Schirm hören. Komm, hat da noch was markiert? Schaut aber nicht so. Das noch. Ähm. Ähm. Wo ist ne gute Position? Ich will ja immer möglichst weit entfernen. Also was heißt weit entfernen? Schon nah dran, aber... Wo, wo ich in die Dickung gehen kann? Hier? Ich glaub hier, wo wir reingekommen sind, ist ein guter Punkt. Wieder beim Hackenplanieren. Ich habe schon schlechter performt. So, jetzt kommen wir hier hin. So, und das zweite? Ich meine, Scott hat ziemlich wenig. Beben Sie mal als Reserve auf. Bin bereit. Hm, vielleicht könnte ich das ja eigentlich auch. So, die erste Batterie kann ich ja schon mal raus machen. Ah, okay. Bin ich bereit? Yep. Okay. Wenn du nicht Rock and Stone, kommst du nicht nach Hause. Welches Tor hat dich vorhin? Du da unten. Ich bin glücklich, dass wir jemanden haben, um die Rock and Stone zu kümmern. Die Steuerungstaste macht mich wahnsinnig zurück. Ich habe mittlerweile eine Tastatur gestellt. Ich bin bereit, um etwas mehr zu töten. Am Blick Friday. Was mittlerweile einfach eine ganze Woche ist, weil... Ne? Was? Nur einen Tag? Abgezockt werden? Ne, das reicht nicht. Wir müssen eine ganze Woche glauben, dass wir Zeug billiger bekommen, was vorher einfach nur teurer gemacht wurde. Ja, ja. Aber die Steuerungstaste scheint wirklich ein bisschen billiger zu sein. Nicht besonders viel, aber... Ein paar Euro hin, ein paar Euro hier. Und? Let's go! Ich sollte vielleicht das Sub wieder einblenden, ne? Äh, Shields? Oder komme ich durch die Shields? Jetzt gehen wir durch die Shields durch. Aber ich glaube, ich bin zu weit entfernt und mache kein Damage. Äh... Ah, keine Ahnung. Ja, perfekt. So, was kriegen wir jetzt? Äh... Die... Dinge auf der anderen Seite. Okay. Ah! Der war ja gar nicht in Berlin. Ha! So. Kriegen wir jetzt wieder unsere... meine schönen Minen. Das wäre ja schön. Ah, ne. Okay. Da war gar nichts. Hm, hm. Shredders! Oh! Ich hab meine Turs ganz vergessen! Nein! Schlecht! Ganz schlecht! Ganz schlecht! Ich hab meine Turs. Ich hab meine Turs. Ach, kein Schraub! Ach, kein Schraub. Ach, kein Schraub! Ach. Ach! Mach du minder! Du gn��! Mach! Ach, ein Schraub! Ach, neuerl! Ach, neuerl! Schon wieder die Shields. Ich glaube, ganz hier hinten können sie nicht ran, ne? Nein. Perfekt. Ich kann noch etwas nachgaben. Perfekt, nein. Niedersehenes. Ah, ne doch. Scheiße. Oh mein Gott. Nein. Oh, da haben wir nicht zwei Hunde. Ich würde schon durchschmeißen. Ähm. Häuser. Keine Ahnung. Seh ich nicht. Äh. Das Tor ist schon wieder leer. Junge, 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 Junge. Schießen die eigentlich auch, wenn er... wenn er nur das Auge aufnimmt? Dass er es nicht treffen kann? Weiß doch nicht. Schlau, weil die Shields sind. Und da sind die Minen. Ja, ja. Wer ja auch kein... Ah, Jesus Christ. Ah, wow. Ah, wow. Wäre ja keine Industrie-Savotage ohne Mine, ne? Ja. Geh, sterben. Hm. Ah. Ich will grad voll auf Suicide-Mission. Ich will einfach nur, dass es vorbei ist. Ich hab keinen Bock auf die Minen. Ah, Gott! Das nächste. Ganz andere Seite. Au, 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 au. Ah, finally. Junge, 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 Junge. Wir haben den Gebetreiber. Der Datarack ist unser! Jeder braucht den Rock'n-Stock! Rock'n-Rack! Ja, hier kann ich nicht. Danke! Muni kann ich dringend gebrauchen. Boah, das gehört aber auch schon wieder. Oh, oof. Objektiv completed. Der Datarack ist geschlossen. Der Datarack ist geschlossen. Der Datarack ist geschlossen. Schnell, schnell! Oh. All die Objektivs completed. Hit den Button auf der Mühle, wenn du bereit bist, ich werde dich holen. Das ist der Resupply-Pod. Hm? Das Geld geht vielleicht. Wieso? 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 Schrei mal? Ne, schrei mal nicht so, oder? Resupply-Pod. Whatever. Rock'n-Stone! Ja! Wenn du nicht Rock'n-Stone bist, du nicht nach Hause gekommen bist. Wenn du nicht Rock'n-Stone bist, Der Dive-Dive-Dive-Chariot ist auf der Weg. Clock ist auf der Weg. Boogteam. Wohin-Kumpter! 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 Das ist es, Leute! Rock'n-Stone! Wir wollen! Wohin! Ganz schön heiß hier! Wie jetzt gedacht im Lava-Gebiet, wa? So. Der Molli hat sowieso noch einen Moment. Wohin! 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 ZIPLINE! Wohin! We Geh auf, geh auf, geh auf, geh auf. Oh, Lack. Rock'n' Stone! So, machen wir gleich nochmal die Industrial Sabotage, weil... Warum eigentlich nicht? Machen wir doch einfach direkt alle drei Stages. Ich bin ja mal gespannt, ob das nächste Woche wieder auch so ist. Den, 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 den. Boah, Skull hat mir den Kills ganz schön zugelegt. Rapid End. Da ordentlich wird's kein Rapid End. Aber da haben wir jetzt uns halt Refinery, wäre der, ähm, Thriller halt schon nicht schlecht gewesen. Vermutlich. Meistens ist er dann wieder ganz praktisch. Wenn das irgendwie so auf einer anderen Seite von der Wand ist. Geh, fit, Mokai. Äh, äh, äh. So. Du, kaputt. Oh, geht. Sieht mir so aus, dass wir uns da klettern. Daaa. Oh mein Gott, ist hier viel Nitra. What the... Das wird nicht gerade runtergefallen. Wie lang die laufen, wenn wir uns die merken. Oh mein Gott, was erwarten die, was hier... Wie viele Gegner uns hier... Joooong. Also wenn die Zahl der Gegner irgendwas damit zu tun hat, wie viel Nitra hier rumliegt, dann wird das eine spaßige Stage. Oh mein Gott. Und wie viele Loot-Bugs auch. Joooong. Ne, steckt das nicht. Dankeschön. Oh, kann ich die von oben mit dem Cutter einfach... Äh. Huiiii. Ja. Hat nicht ganz gut funktioniert, wie ich glaube, da... Wie viel Nitra! What the... Kannst du viel mal in der ersten Stage kommen? Oh, what the... Haha. So. Mal abliefern. Und dann irgendwie die Rohre da hochkriegen. Oh nö! Pfft! Pumpjack launcht! Bleib jetzt von der Impact Zone. Da. Plattform. Eine Plattform. Ich bin bereit. Es wird eine Schönheit, wenn es complete ist! geflickt und wollte sitzen Oh, ich hab... Hier! Ähm... Ähm... Nicht so tief! Au! Deckbox, hör ich. Äh... Wo? Wie? Wo? Schau da! Rock solid! So lang, suckers! So lang, suckers! Noch ein Mann in der Office! Hey! Junge! Boop! Äh... An! So... Da oben ist die Blackbox, also... Ja, die sollte man möglichst schnell machen. Hepp und hepp und... Heck mit dir! Ja! Ja! Vielleicht kann man da auch ne Katzen drinnen! Hi! Ja! 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 Wait! Stopp! Du bist finster, aber du bist tot! Hallo! Wo bist du denn? Hey! ob sie macht oder nicht es ist es ist Ah, Mist, da oben war mir. Das ist mein Gerber, aber. Au. Ja, ich bin auf. 50% Team! Oh! Oh! Ha! Ha! Ich hole mir einen Muni! Oh! 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 Ready? Oh! 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 Hehehe! 75% completed! Almost there! So is no... What a drop! Drop it! Die, you double-jointed prince! Die! Die, die, die! It burns! Hang in there! The wave is almost dealt with. Dispatch whatever's left. All data retrieved. Objective completed. Right the form's minus. We're getting ready. Reloaded! Platform's place! So... O is... Ehhh... Ah... Man braucht mich trotzdem im meisten Sinn oben rum. Wiii! I made a platform! I made a platform! Hey, you suckers! Sentry gun needs assembly! So is a really good position for... So is a really good position for... We're looking! We're looking! Äh... 1... 2... 1... 2... 3... 2... 1... 2... 3... 1... Ah, nicht runterfallen. Komm schon. Äh, ja, eigentlich kannst du hier alle drei Flanken führen, ne? Ah, richtig als ein Bild. Äh, oh mein Gott. Äh, hüttet. Äh. So. Und da. Und da. I feel like a plumber. I just need a big, pushy mustache. Pipe, face. Big, pushy mustache. Hans sagt, es hat keinen mustache. You mustache. Also hat eine Maske auf, keine Ahnung, sieht man nicht. So, und wir kriegen jetzt die Hangenröhren. Oh Gott. Äh, hat hier jemand angefangen? Wer nicht, verlege ich den da oben drauf. Weiß nicht, ob das das gleiche, was die Idee ist, aber... Egal. Nee. Moin in den langen Modus. Hey, gerade konnte ich doch. Nee. Ah, so. Ah, oh Gott, das wird ein Spaß. Aber ein Döhler hätte halt echt nicht besonders viel gewollt, ne? Kannst du... Nee, vielleicht nicht auch. So. Ich seh aber nicht, wo ich hinpacken muss. Give me my flares. Äh. Komm, 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 komm. Du steep. Wo ist das steep? Jetzt. Äh. Hä? Nach da hinten. Ähm. Ich ging's noch mal nach da hinten. Äh, äh. Nach da oben. Stop. Stop. Ich hoffe mal, der hat jetzt keinen Ton gebuddelt. Oh. Äh. 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 Zwei. Schauen wir mal auf der Map. Hat er einen Tonnen gebuddelt? Nö. Boah, da wäre aber euch ein welchen Beschäftig gewesen, ne? Äh. Ah, die letzte Röhre. Ah, ich freu mich schon. Hilfe. Hui. Pipe-Line sind in Platz. So. Die Stelle wird sich zum Reparieren. Pipe-Konstruktion hier. Ich bin der King of Pipes. Absolut des Pipe-Chaos. Also, King of Pipes würde ich die Konstruktion, die ich hier verbezieht, zöge ich nicht. Uuuuh. Nein, na number. another pipeline established. You just need to set up one more. And we can start the extraction sequence. Pipe-Soft fleet. If only someone would help me build it. Typisch viel, jetzt hießt das niemand, der bei macht uns, ist group doch alles. Und dann sogar noch hilft wahrscheinlich auch. Äh. 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 Hilflt. Nein, gr a aaa. Ich fahle. Come, 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 come. Ohhh. Set. Pipe-Framework set. So. Was für Block... Okay, true. Nein, nicht runter. Ach, du bist das. Terrible, keine Zeit. Au, 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 au. Die Drohne hältst mal. Oh, nö, ist die Kiku. Ja, wir haben alle verbunden. Jetzt müssen wir noch fertig konstruieren. Ja. Na, wir sind gerade los. So ein Delay mit den unsurzenden Turrets. Nein, ich putze für die Höhle ein. 2 von 4. Geht besser, geht aber auch schlechter. Wir haben noch 700 Leute. Ich gönne mir ab jetzt. Ja, wir sind gerade los. Objektiviert. Alle Pipelines sind vorbereitet und bereit. Wir haben die Supply-Pot ist hier. Alle Objektiviert. Wir sind bereit für die Pump-Sequenz. Au. Pah. Vollend schrecklich. Wir haben die Supply-Pot. Wir haben die Supply-Pot. ist kein meisterweg aber funktioniert und das ist echt nicht die einfachste ganz wichtig Huuuuii! Das ist ein bisschen verrückt! Ah, da kann der wieder schon mal ausgehen. Mh-h-h-h! Huuuuiiii! Oh! Haha! F***ing Sprung treffen! ok da kann man sich zu uns weiter betrugen dann fahren wir einfach mal hoch und schauen was noch nicht wei 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 warte Es ist ein nice one. Alter, das ist ja kräftig, oder? Nein, nein, da meine ich bestimmt ernst. Scheiße, auch nicht so sparen. Nein, verpasst werden. Komm, 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 komm. Das ist jetzt komplett. Das ist ein ganzes Schlauch. Das ist jetzt 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 jetzt! Ja, das ist jetzt zu kommen! Kör, Kör. You son of a bitch! Pump sequence at 75% You're doing good Jaw dropping Machine dodge Ja ja Wo ist er 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 Pipeline Maintenance crew To work Soho Okay hier ist nichts Gott umsonst hierher gelaufen Den 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 Nien Von der Stelle komm Oh, no! To fix the problem, everything is running smoothly again. Smoothly! Ready! Au! Toia, Mixer! Ha ha ha! Oh oh! Nein! Konnte mich ja nichts mehr retten! So close! Der wird im Pipe gewesen! Soooo! Ach! Frennt da sogar! Der ist noch was! Misse Plein! Tuck, 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 tuck! Mhhh! Da hinten! Wir sind unbreakable! Rock-and-Stoon! Wieve Hejść noch zum Atmen? Ne Hat der wohl keinen Verdunen gekillt? We fight for rock and stone. 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 doch doch fast eine stunde naja vielen dank fürs zuschauen ich hoffe ihr seid auch das nächste mal wieder dabei und rock and stone